Wir von TML sind im VDE, weil uns eine Leidenschaft verbindet. Die Leidenschaft für die Elektrotechnik. Mit unserer Mess- und Prüftechnik sorgen wir für einen sicheren Betrieb der elektrischen Anlagen sowie einer Personensicherheit. Mit den Einbaukomponenten gestalten wir aktiv die Energiewende mit und betreuen in dem Zusammenhang viele Kunden aus den Energieversorgern, Kraftwerken als auch der Industrie. Unsere besondere Stärke ist es, neben dem reinen Verkauf die fachlichen Hintergründe unserer Produkte und deren Anwendung zu kennen. Dadurch können wir eine qualifizierte Auswahlberatung sowie praktische Vorführungen anbieten. In Deutschland gibt es etwa 900 Energieversorger, die im Mittelspannungsbereich etwa 600.000 Trafostationen betreiben. Wir haben das passende Zubehör in Form unseres Stationszubehörs und die passende Sicherheitsausrüstung sowie die richtigen innovativen Einbaukomponenten, die aktuell am Markt aufgrund der Energiewende und den Folgerungen daraus benötigt werden. Im Niederspannungsbereich bieten wir auch viele wichtige Komponenten an, um den Strom überhaupt messbar zu machen. Mit den Stromwandlern wandeln wir den Primärstrom in ein messbares Signal um und können mit zum Beispiel Energiezählern dann eine passende Abrechnung generieren oder mit einem Energiemanagementsystem die Verbraucher generell koordinieren und überwachen. Der VDE bietet eine wichtige Grundlage für unser Geschäftsmodell. Wir beraten und schulen zu den Inhalten der VDE-Normen und deren Anwendung. Im Rahmen unserer Seminare zeigen wir auch, wie Erdungsmessungen funktionieren. Dies machen wir theoretisch als auch praktisch mit einer spießlosen Messung oder der klassischen Variante mit Spießen. Ladesäulen wie diese werden an vielen Stellen in Deutschland installiert und sind eine wichtige Grundlage, um überhaupt Elektroautos betreiben zu können. Diese müssen geladen werden. Wir sehen uns jetzt mit unserer Mess- und Prüftechnik an der Stelle, dass wir zum einen natürlich die Funktionen der Ladesäulen, aber noch viel wichtiger auch die Sicherheit an den Ladesäulen, dass Personensicherheit gewährleistet ist, dass diese auch sicher betrieben werden können. Unsere Vision ist es, aktuelle und zukünftige Technologien noch sicherer zu machen. Gerade aktuelle Themen wie die Energiewende oder die Elektromobilität sorgen dafür, dass neue Technologien an den Markt kommen. Wir brauchen den VTE, um richtige Standards zu setzen. Diese sind in Bezug auf die Personensicherheit wichtig, um die Zahl der Elektrounfälle weiter zu reduzieren und unsere Branche sicher zu halten.